Willkommen zurück bei Schatz, du hast den Infektionstherd angelassen mit der Fubor und der Schnorrer. Weiter geht's. Loot, 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 Loot. Du bist aber das doof. Wieso? Ich fahr in die falsche Richtung. Ich dachte gerade, ich bin hier der Punkt. Ah, wie die ja alle hinter dir hinterherkommen. Sind wir hier schon richtig? Ne, ich bin zu früh. Huch. Oh, da kommen aber einige so. Bruder, da muss ich aber mal hinten E drücken. Knack. Immer E drücken. Sterben und E drücken. Und Knack. Warte, der steht nochmal auf. War mit ihm falsch? Hast du schon die Bösen? Nein. Lass mal heilen hier. Zick. Null Zombies. Hier waren wir auch schon drin. Hier sind die Fenster kaputt. Kann man die auch kaputt hauen? Ja. Greifen die eine an? Damit den Kreischer schreit, äh, kannst du in dem Moment nicht reagieren. Die stehen alle drei nebeneinander. Oh, oh. Oh, oh. Ist das ein Hulk? Ne, das ist doch ein Freak. Achso. Oh, ich hab einen Benzinkern des Rucksack. Kannst du vielleicht mal helfen? Hehehe. Na klar. Ich hau doch schon drauf. So. Aber hier hab ich sogar jetzt vier Dinger, die ich mal durchsuchen darf. Hier ist noch irgendwo einer. Leute, da kommt tausend einer rin. Vielleicht nen Energy Drink. Bringt der mir auch was? Nö. Woher werde ich das fit? Also schön gewastet das Ding. Oh. In der M... In der SP5K Custom habe ich hier gefunden. Was ist das? Pistole? Maschinenpistole. Ah, MP hast du ja gesagt. Ja, stimmt. Ja, er sieht aus wie in der MP5. Deshalb... Wollt erst der MP5 gucken. Und dann kam ich auf die Idee. Ich könnte ja auch einfach mal den Namen vorlesen. Oh, direkt vor uns ist aber ein Hulk. Vor unseren Autos. Juggernaut! Ach, das ist sogar eine... Die kann man sogar... Das ist eine Pistole, ist das? Nee, hier, dieser dicke Hulk. Wie heißt der? Steht nicht da. Na, dieser ganz große oder... Dieser Fettsack. Oder dieser, der Gift versprüht. Der Boomer. Nee, nee, der... Große. Der Juggernaut, ja. Genau, der läuft da vorne. Genau vor uns. 50 Meter. Am Nachbarwerk. Keine Munition, ey. Was brauchst du denn für Muni? Entweder... 22er... ... oder 44er. 9 Millimeter. Ja, ich hab nur 12G. Und ich brauch auch 22er oder... 9 Millimeter. Siehst du denn da vorne? Genau vor uns. Oh. Da, wo du genau entfährst. Und leise dran vorbei, ey. Na, den zu töten bringt uns ja nichts, ne? Na, nur Einfluss. Also, den zu töten bringt uns ja nichts. Achievementer, ich krieg's glaub ich mal. Ich mach an der Seite wieder die Tür auf. Von hinten kommt auch ein Kreischer. Ein Kreischer? Den ich gerade umgewerfen hab. Nein. Oh. Ich werd schon attackt hier. Die drei Kreischer sind alle draußen. Kreischer down. Oh. Die waren nicht kaputt hier. Die waren nicht kaputt hier. Alles kaputt hier. Zwei Kissen hab ich. Nice. Und ja wieder diese komischen mit den Schrauben und so. Hm, ich hab auch Schrauben. Schrauben. Aber ich hab den Dude hier... ganz gut gelevelt. 44er Magnum hab ich. Die ich nicht brauch. Kannst du noch Ressourcen mitnehmen? Dicken Rucksack nicht, aber dafür... Kofferraum hab ich noch Platz. Da pack ich da mal kurz bei dir was ab. Ich hab hier die 44er, ne? Die du brauchst. Ja, aber du hast doch die Waffe und keine Muni. Nein, ich hab Muni, aber nicht die Waffe. Achso. Dann, jo. Ich hab ja nur 9mm und 22er. Ich pack die nicht in den Kofferraum. Kannst du hinwerfen. Äh, die Ressourcen pack aber nachher nicht aus, ne? Die sparen wir da noch. So. Danke. Wow, 4. Oh, jetzt muss ich erst was ablegen. Leck mich doch. Was ist das denn? Scheiße. Ist dein Rucksack... Ist dein Kofferraum komplett voll? Ne? 9mm brauchst du, ja? Ja. Okay, warte. Dann tauschen wir hier. Wieso hatte ich die denn? Du hast doch hier sogar noch 22er. Hab ich? Ja, hab ich rausgenommen. Toll. Ich hab meine Pistole nachhinein. Oh, scheiße. Äh... Ja, das waren auch nur 4 Schuss. Ne, 7 Schuss Wander. 9mm waren da also auch plus 5 Schuss, ja? 10 hab ich jetzt, komischerweise auf ehemal. Hä? Du hattest mir doch 9mm ein, nicht? Ach so, das meinst du. Ja, weiß ich nicht. War nicht viel. Musst wir ja nochmal gucken, dass wir nochmal was herstellen, ne? Ja. Erstmal tucke ich hier, glaub ich nochmal. So. Ich werd jetzt für zurückfahren. Diese militärische Quarantänestation. Munitionssammlung. Da können wir ja wirklich nichts mehr looten, ne? Ich fahr noch vorher beim Kopfgeldjägerin. Wie fahr ich denn jetzt ein bisschen? Gegen ab, Kim? Ja. Ich glaub so rum, oder? Ja. Ach so, hey hey. Du wirst eh zu mir gespawnt. Hihihi. Naja, wir fahren doch... Eigentlich... Fahren wir ja die gleiche... Ja, jetzt werd ich gleich gespawnt. Obwohl wir ja eigentlich parallel fahren, ne? Ja. Wo bist du denn? Ach so. Ne, du fährst doch jetzt auf meine Straße. Ja, hä? Ach so, ich bin vor dir jetzt quasi. Ja. Ich weiß nur nicht, wo ich hier abbiegen muss. Bei der Brücke. Und dann nach links, ne? Brücke? Ja, nach der Brücke links. Ne, das ist ja eine Schiene. Aber ein paar Meter weiter links. Oh, ich bin jetzt zu weit weg. Wieder? Ach, da auf dem Miniradar sehe ich dich. Weil hier seh ich dich und wie nicht. Hey, du bist doch hier noch gar nicht durchgefahren. Ich bin jetzt voll gegen den Stein her. Genau. Hey, du bist doch hinter mir. Wo soll ich denn noch nicht durchgefahren sein? Ja, weil du bist doch... Du bist doch... Da ist doch diese Absperrung. Ja. Wo diese drei Mautkneine stehen. Genau, die sind wieder da gewesen. Durch die bist... Genau. Loll. Ab wann muss ich links abbiegen? Na, ich fahr jetzt gar nicht links irgendwo. Ja, ich denk, du wolltest zum Dings. Ah, na, da bin ich ja noch nicht. So, hui, ich dachte schon, dass mein Krankenwagen steckt fest. Gute Frage, kann ich eigentlich vorher? Ne, da die nächste. Ich krieg einen Polizeikarabiner. Du kommst da gleich, oder? Mhm. Aber dann ist das ja vielleicht doch so, dass du hier... ...gar keine... ...also die Map sich nicht erweitert. Ja, du hast doch aber auf der Karte, dass du die Map verlassen kannst. Ja, aber vielleicht ist das DLC. Oder müssen wir da einfach mal hin? Ich denk mal, das wird im Zuge der Hauptstory noch kommen. Ich denk, dachte, die ist jetzt so weit durch. Mhm. Ich hab die abgebrochen, weil mein Jude zu sehr verletzt war. Ach so. Wir müssen jetzt mit den einzelnen Leuten spielen, dann... Na, mit unserem Anführer. Na, mit unserem Anführer. Naja, diese optionalen Dinger da. Lass uns sehen, was gibt's, schau wir? Okay, was nehme ich jetzt? Töte sechs Kolosse, na klar. Vor allem töte einen solchen Herz mit Sprengstoff. Gibt's doch gar nicht. Oh, ne Uzi... Zink, das nehmen wir doch mal, oder? Zink. Ach so, die... ...braunen, die hab ich dann schon alle. Da hätt' ich doch wer achtet. Geh in peace, mein Freund. Wir fahren jetzt zurück. Jo, jo, jo. Einmal durchs Wasser waschen. Und dann kann ich nämlich hier auch meinen Jude immer ablegen. Der muss nämlich... ...schlafen. ...schlafen. Ha! Ha! Ha? Ab hier kurz... Verwärts. Warum glaub ich, dass du oft bei mir gleich in die Seite prescht? Es announcer ist zu viele Butter hier und nicht genug Buntz. Es schlafen einfach auf der anderen Seite aus... rrrrrrrrrr... Ehh, geil. Also ich hab jetzt hier wieder so'n Benzinkandister-Hup-Sack. Den kann ich jetzt aber reinpacken, ne. Ja, bloß nicht die... die Bau-Ressourcen. Ja. Was ist ein Luxusgegenstand Waffenmagazin? Naja, ich glaube ich, das gibt sehr viel Einfluss beim Handeln oder so Oder ist wertvoll dafür, ja keine Ahnung Wo waren das jetzt hier? So, dann packen wir mal den Rucksack weg Hier, Benzin, nice Absolut freundlich Mega gut Wollen wir mal auspacken, der Rucksack, sagst du? Du musst einen Mann über eine Sache sehen Das kann dir die ja auch geben Schrauben? Ja, die brauche ich für irgendwas, aber ich weiß nicht mehr was Ich muss ja nur wissen, was du brauchst für... zum Munitionsherstellen Für Munition brauche ich erstmal so gar nichts, da brauche ich bloß die Munitionspunkte Nur den Einfluss? Die Munitionspunkte Für die, für die großen Rucksäcke So, mal zeig' ich ein bisschen, Muni So, wieso werden wir stoppen, wie Cavemen und ein bisschen Power flogen in hier? Ähm... Halt das mal noch, ich wechsle hier erstmal Ich wechle die auf den Boden 29 Ach nee, hä? Wieso waren das zweimal? Ist auch ja 22 hab ich jetzt nicht gekriegt Na, die hast du dann, oder was? Nee, ich hab gar keine gekriegt Ist ja immer Zufall, was ich kriege Achso, das ist ja so ein Random-Kack Genau, genau 9mm, 40 Wow, nice Das Problem ist halt, die geht so schnell leer Weil die ja für die MP ist Hey Wollne, ich hab auch so viele Pistolen, die auch die 9mm Patronen nehmen, ne? Ist so dumm Mhm Achso, hab ich vielleicht im Lager noch was für meine Waffen? Oh So Lindert den Hunger Wo gibt's denn hier ne Hunger-Anzeige? Na, wahrscheinlich müssten wir dafür, äh, schwieriger spielen, oder so What, Finting? Auf schwieriger Ist auch Erstmal vorgebäuchern Das wird dann auch noch Das wird dann auch noch essen müssen, oder? Ja, ja Wir machen jetzt einen Folgenposten, ja Mal erstmal gucken Simoni natürlich auch mitnehmen, ne? Spitzel, bedanke dich Spitzel, bedanke mich Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss